Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke Zock Pro Cycling Manager 2024. Wir machen weiter beim Giro mit der Etappe Nummer 10 von 21. Wir haben beim letzten Mal eine Etappe gewonnen mit Timo Kielig. Und so eine Art von hügeliger Etappe erwartet uns auch heute. Wir wollen also wieder eine Ausreißergruppe. Und wie immer, Zanoncello startet vorne. Und ist ein Mann für Sintera, Martinelli. Können wir noch nehmen, Kielig. Mal gucken, je nachdem wie auch natürlich diese Ausreißergruppe besetzt ist. Ob das eher ein Tag für Ausreißer wird oder dann Sprint. Ja, ein bisschen weniger Leute als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Letztendlich sind es aber dann doch 10 geworden. Jakobsen, ja auf dem Papier der deutlich beste Sprinter. Aber ich glaube für den könnte das am Ende hier zu anspruchsvoll sein. Persico ist noch ein schneller Mann. Ansonsten, Zanoncello und Kielig haben gute Karten. Also wenn wir durchkommen, müssten wir das eigentlich gewinnen. Dann sollten wir jetzt tunlichst dazu beitragen, dass wir hier den Abstand vergrößern. Ist ja noch relativ lange. Mal gucken, was am Ende noch passiert. Also in der Gesamtwertung ist keiner aus der Ausreißergruppe gefährlich. 20 Punkte können wir uns hier beim Zwischensprint eben mal easy holen. Aber der Abstand, ja, bleibt relativ gering. Also mehr als 3 Minuten haben die uns da jetzt auch nicht gegeben. 2,40 sind es aktuell. Jetzt kommen wir so in diesen hügeligen Part. Sturz von Pellissari. Okay, er fährt zum Glück weiter. Aber wir sollten reagieren. Denn jetzt, ja, könnte richtig die Post abgehen im Hauptfeld. Das Profil wird anspruchsvoller. Ja, im Hauptfeld gibt man jetzt leider richtig Gas. Hier sind unsere Jungs gerade. Die haben sich zurückfallen lassen, um natürlich den Leader wieder ranzubringen. Das haben wir noch nicht ganz geschafft. Während vorne die Ausreißergruppe auch so langsam auseinanderfällt. Hier haben wir so einen kurzen, schweren Anstieg. Recanati. Martinelli fällt zurück. Ja, und hier, ihr seht schon, das Tempo ist ziemlich am Anschlag. Vielleicht auch, weil die uns hier distanzieren wollen. Allzu viel fehlt nicht. Ich glaube gleich, bis zur nächsten Sprintwertung sollten wir das Loch schließen können. Das Problem ist jetzt allerdings, dass das Hauptfeld allgemein ultra in die Länge gezogen ist. Hier ist zum Beispiel ein kleiner Riss. Da, ja, pflügen wir uns jetzt so langsam durch. Okay, sieht nicht mehr ganz so schlimm aus. Aber da, wo Martinelli jetzt ist, da waren eben auch noch die Jungs rund um Pellissari. Ich hoffe, es wird gleich ein bisschen langsamer. Ach, du scheiße. Ja, aber hier sieht man schon, wir sind noch nicht beim rosa Trikot. Und ich weiß nicht, ob wir da noch hinkommen, wenn die so weiterfahren. Ach, du scheiße. Wir sollten hier vielleicht auch gleich mal ein bisschen kontrollierter nachführen. Ist aber auch kaum möglich, weil die anderen das auch nicht machen. Also hier ist komplettes Chaos. Vorne werden wir jetzt wieder eingeholt. Ich denke, mit Zanoncello können wir eigentlich jetzt auch schon Tempo rausnehmen. Die sind wieder im Feld. Vorne haben wir noch so ein paar Überbleibsel. Die werden aber auch nicht durchkommen. Scheiße, ey. Die machen uns das Leben hier echt gerade schwer. Ah, jetzt wird rausgenommen. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Jetzt wird rausgenommen. Jetzt können wir mit Pellissari auch zum Glück wieder nach vorne fahren. Hoffe ich doch mal. Ja. Uh. Die sind nochmal abgewendet. Noch 12 Kilometer und es sieht jetzt alles nach einem Sprint aus. Wir haben vorne noch Außen und Jakobsen, die sich wirklich wacker geschlagen haben. Also Respekt. Aber auch die werden jetzt eingeholt. Und ja. Jetzt steht noch eine kurze Bergwertung an. Und von da ist es auch gar nicht mehr weit bis ins Ziel. Wir geben hier mal wieder Vollgas drüber. Unsere Jungs sind jetzt nicht unbedingt die Frischesten. Konnten hier aber schon mal eine Lücke reißen. Das bietet sich natürlich auch so einem Terrain immer an. Jürgensen und Magnalti springen hier heran. Vielleicht sollte ich Pellissari gleich mal als Anfahrer nehmen, mehr oder weniger. Denn Zanocello hat gut Chancen auf den Etappensieg. Ja, das restliche Feld hat mal wieder ein bisschen geschlafen, muss man sagen. Wie man das kennt bei der KI auf so eine Art von Etappe. Wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, haben wir die vorher auch schon mal gewonnen. Dreieinhalb Kilometer noch. Pellissari übernimmt jetzt die Spitze und Zanocello muss gleich eigentlich nur noch das Ding verwandeln. Abfahrt und Sprint. Zanocello im Sprint gegen Magnalti und Jürgensen. Zanocello hat leider nicht mehr genau genug Power und am Ende gewinnt Matteo Jürgensen. Zanocello auf der 2. Ah, schade. Aber immerhin gute Punkte. Pellissari, ihr holt ein bisschen Zeit raus. Ich glaube, wenn wir nicht so viel Energie hätten vorher aufwenden müssen für das Pellissari wieder ranfahren, hätten wir die Etappe auch noch ein bisschen anders gestalten können. So reicht es leider nur für Platz 2. Jürgensen ist aber auch ein zäher Hund. Da sehen wir nochmal den Sprint zwischen den beiden. Ja, allzu viel hat nicht gefehlt. Aber so ein paar Körner waren dann eben leider nicht genug. Was bedeutet das für die Gesamtwertung? Ja, in den Top 10 sind wir trotzdem noch nicht zu sehen, auch wenn wir etwas näher rangekommen sind. In der Punktewertung bedeutet das jetzt allerdings noch einen deutlicheren Vorsprung. Natürlich ist da die Messe auch noch nicht gelesen. Wir haben erst 10 Etappen, aber das ist schon mal eine gelungene Punktzahl 139. Am nächsten Tag gibt es einen komplett flachen Sprint. Wir sind drin in der Sprintanfahrt. Die übliche Dreier-Ausreißer-Gruppe wurde gerade eingeholt. Und junge, junge, Jayco, die legen hier ja schon los. Die hängen ihren eigenen Sprinter gerade ab. Wir werden jetzt auf der linken Seite leider eingequetscht. Ach, das ist doch auch ein Käse hier. Kommen wir dann noch irgendwo wieder raus. Vielig. Vielleicht jetzt Schachmann verpiss sich da. Und mal auf der rechten Seite raus manövrieren. Sanoncello. Ja, mit viel Beten. Ne, das wird nichts Vernünftiges. Wir sprinten jetzt einfach mal los. Können wir uns hier noch irgendwo dranhängen. Ja, das war wieder eine Kack-Sprintanfahrt. Meos gewinnt. Ne, Bauhaus gewinnt. Und wir sind am Ende auf Platz 21. Bauhaus und Meos kommen deutlich näher ran. Aber wir liegen noch in Führung. Müssen wir abhaken. Und das Ding, das war nichts. Etappe 12 ist wieder ein Tacken anspruchsvoller. Könnte auch ein Sprint werden. Aber auf dem Weg haben wir drei kleinere Berge. Und auch unterwegs wieder ein paar Sprintwertungen. Wahrscheinlich eher hier für Puncheure oder Ausreißer. Laut Spiel etwas. Unser Mann für die Punktewertung muss hier natürlich wieder punkten. Sanoncello ist also in der Ausreißergruppe. Dazu noch Martinelli und Max Schachmann. Van Hucke will ein paar Bergpunkte sammeln. Allgemein könnte das wieder eine sehr große Gruppe werden. Und die wird hier auch easy weggelassen. 16 Fahrer. Wir schauen mal, ob in der Gesamtwertung irgendjemand gefährlich ist. 15 Minuten. Nö. Keiner wirklich gut. Also kein Grund, wenn ich gerade die Sprinter-Teams hier nochmal einen Massensprint haben wollen. Glaube ich ganz passable Karten für Sanoncello oder Schachmann hier was zu reißen. Der Abstand der Spitzengruppe bleibt aber relativ konstant bei zweieinhalb plus minus Minuten. Und das reicht lange nicht aus, dass man hier sicher durchkommen kann. Wir sind ungefähr so knapp über die Hälfte der Renndistanz. Aber mittlerweile hat sich das Hauptfeld anscheinend an den Gedanken gewöhnt, diesen Etappensieg hier abzuschenken. Da rollt man hier jetzt ganz gemütlich die Abfahrt herunter und hat fast vier Minuten Abstand zugelassen. Das sieht also gut aus, wenn wir hier die letzte Bergwertung noch mitnehmen. Also überstehen, sage ich mal. Ohne großen Energie- und Zeitverlust. Können wir wahrscheinlich danach auf einen Sprint setzen mit Sanoncello. Und egal was die Konkurrenz macht, wir versuchen einfach mit den anderen beiden den Laden beisammen zu halten. Also hoffe ich mal, dass jetzt an diesem Berg Sanoncello mit dabei bleiben kann. Aber das sieht ganz gut aus. Ja, die KI sprintet zwar um die Bergpunkte, aber ansonsten was jetzt Attacken angeht, sind die relativ passiv. Zu zwölf bleiben wir hier zusammen. Und im Hauptfeld ist zwar ein bisschen schneller geworden, aber so richtig passiert ja auch nichts mehr. So wie es aussieht, kommt jetzt also zum erwarteten Sprint. Und Dion Smith wäre auch so einer, der gar nicht so langsam ist. Aber so einen richtigen Sprinter haben wir hier nicht dabei. Also müssen wir das Ding gleich abschießen, ganz ehrlich. Thomas ist auch nicht langsam. Drei Kilometer haben wir noch. So, Schachy zieht das Ding jetzt einmal an. Für Sanoncello bloß nicht zu früh gehen. Das könnte jetzt unser einziger Fehler sein. Aber jetzt Linkskurve vor der sollten wir anfangen. Kurz rausnehmen. Und Sprint auf den letzten Metern. Und scheiß doch die Wand an. Zu früh angefangen. Ich hätte gedacht, da wird noch mehr Speed rausgenommen bei dem Sprinten. Beziehungsweise dann auch Einsatz 99. Wohl mal zu viel, da war ich mir zu sicher. Du Scheiße. Sechster Platz. Was passiert hier? Ja, hier wird auch noch wieder wie die Bekloppten gesprintet. Verdammte Axt. Wollte es halt nicht verdatteln, indem ich zu früh anfange. Aber jetzt habe ich es trotzdem verdammelt. So, wie sieht die Gesamtwertung aus? Elfter Platz. Ja, unverändert. Also wir klettern in Richtung Top 10. Punktewertung. Haben wir natürlich trotzdem was gut gemacht. Aber das hätte mehr sein müssen. Und bevor es demnächst nochmal wieder bergiger wird, haben wir nochmal wahrscheinlich einen Massensprint. Oder vielleicht was für die Ausreißer. Zwischendurch eine Bergwertung, zwei Sprintwertungen. Und dann am Ende flach. Ich hatte versucht auszureißen, aber alles wird hier vereitelt. Vorne haben wir Standard und Zimmermann. Ja, und dann jetzt ein paar Sprinter, die hier Punkte absahen. Aber bis dahin, hier kehrte überhaupt keine Ruhe ein. Nach 46 Kilometern. Alle möglichen Leute haben versucht anzugreifen. Aber irgendwie wird immer nur einer weggelassen. Oder jetzt waren es zwei. Aber die können auch schon nicht mehr. Das wird also ein Massensprint. Also jetzt nochmal einmal ein vernünftiger Sprint. Also eine vernünftige Sprintanfahrt. Aber hier wird es auch wieder echt schwierig. Mann, Van Gistel. Geh mir noch aus dem Weg, Junge. Sehr kurvige Anfahrt. Sehr, sehr kurvige Anfahrt. Sanoncello schafft es ums Verrecken nicht an das Hinterrad von Kielig. Vielleicht mal links rum jetzt versuchen. Hier, jawohl. So, Schachmann links vorbei. Sehr viel Micromanagement und sehr viel Energie, was wir hier aufwenden müssen. So, wir müssen uns jetzt wahrscheinlich irgendwo anders dranhängen. Kielig. Junge, fahr doch links. Warum? Warum versperrt ihr euch denn immer irgendwie so dumm den Weg? Soll nicht sein. Dann müssen wir jetzt woanders dran. Wir müssen woanders hingehen. Moschetti. Penoy. Der hat dann schon einer irgendwie Sprint richtig lanciert. Versuchen wir mal hier hinterher zu gehen. So auf der rechten Seite an Penoy. Und dann einen drüber geben. Ja, passabel. Sabel, aber halt zu spät, zu weit hinten. Scheiße, Milan gewinnt. Der macht 50 dicke Punkte. Wir sind nie so richtig weit rausgekommen. Kielig sogar besser platziert. Hätte weiter vorne sein müssen. Das wäre wieder so eine Anfahrt, wo man vorne stabile Tempo-Volzer braucht. Aber abgesehen von Kielig und vielleicht so ein bisschen Schachmann der Ebene kann, haben wir sowas nicht. Ja, Milan übernimmt die Führung. Es bleibt knapp. Ja, aber machen wir uns nichts vor. Also wir müssen auch mal was gewinnen mit Zanonchelo. Sonst haben wir es auch, würde ich sagen, nicht verdient. Wir werden aber natürlich unser Bestes geben auf den letzten verbleibenden Etappen. Als nächstes wird es jetzt erstmal ein bisschen bergiger. Mittelgebirgig. Dann sehr viel Hochgebirge. Etappe 18 ist nochmal komplett flach. Ja, das heißt, abgesehen davon geht es wirklich eher in Richtung Ausreißergruppe. Und nicht, dass wir anders nochmal was gewinnen können mit dem guten Zanonchelo. Also zumindest keine Etappe, wenn alles ganz normal läuft. Das sehen wir dann aber beim nächsten Mal. Das ist dann ein Tag für die Gesamtwertung. Schaltet doch auch gerne dann wieder ein, wenn es heißt Mr. Loop zockt Pro Cycling Manager 2024. Bis dahin macht's gut. Ciao.